Ombres, Mamo Gamma Fall, Mamo Español, Ni Se Guto, Como. Jetzt eine halbe Stunde oder noch mehr gerendert hat, anstatt der gewollten anderthalb Minuten, weiß ich jetzt nicht. Warum gestern nichts kam, ist, dass gestern beide meine Aufnahmeprogramme, also OBS und Studio und Klassik, gespackt haben. Ähm, keine Ahnung warum. Okay, ein UHC-Kid kann ich gut mit leben. Perfekter läuft in seine eigene Lava, habe ich mir auch so gedacht. Ähm, ja, also weiter habe ich kein Thema anzusprechen, es ist immer noch so, wenn ich mit Studio, wenn ich Studio Aufnahmen mache nur, für eine Aufnahme, das war nicht mal so geplant, aber gut. Äh, wenn ich es nur für eine Aufnahme aufmache, dann habe ich direkt stabile 2 FPS in Game, was mich auch irgendwie dezent bis komplett abfuckt, aber ich habe keine Ahnung woran es liegt. Bei OBS-Klassik hatte ich gestern einen Blackscreen, einen stabilen, dauerhaft, ähm, also, keine Ahnung, ne, perfekt. Okay, noch ein schönes UHC-Kid. Oh, ich glaube, dass ich diesen Fight wahrscheinlich verlieren werde. Ich muss sagen, ich kann immer noch nicht mit der Cone richtig... Äh, ich habe einen Pass. Wir haben einen Power-5-Bogen und er benutzt ihn nicht, finde ich echt korrekt, aber gut, ich gebe ihm... Was ich eben meinte, ist, ich kann immer noch nicht richtig jittern auf der Cone, beziehungsweise TPS-technisch geht das klar, aber das Aim, mein Rocket-Treiber, spackt immer noch rum. Ähm, also, mein Cone-Treiber spackt immer noch rum, denn, wenn ich ihm zwei Hits gebe, HGW-Digi, ähm, mein Cone-Treiber spackt halt die ganze Zeit rum, ich kann nix machen. Der sagt mir immer, ich muss ein Emo-Kit per Update downloaden oder irgendwie sowas. Und wenn ich das versuche und ich den, äh, versuche, den Treiber zu updaten, dann macht er nix. Das war so klar, das Instant TNT. Instant TNT, kein Hit-Delay. Ach, du heilige. So, bisschen nicht weiter, weil ab hier fehlt die Audio. Ich weiß nicht, warum die Audio fehlt, aber es hat ganz vielleicht schon einen Grund, ich weiß es nicht. Ähm, also, bisschen nicht weiter und ab jetzt einfach mit Musik. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017